Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der ZTV. Im Uelzener Sternenviertel häufen sich in den vergangenen Tagen die Brände. In der Nacht zu heute hat es auf dem Gelände des Kleingärtnervereins im Bullopp gebrannt. Eine Gartenlaube ist dabei vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Erst am Wochenende war es in der Gegend innerhalb von einer Nacht zu drei Bränden gekommen. Mehr dazu lesen Sie in der AZ. Den 13. Mai 2014 werden sich in Kirchbeil ganz sicher viele Rot im Kalender anstreichen. An diesem Tag nämlich wird die Ortsumgehung für den Uelzener Ortsteil endgültig und offiziell für den Verkehr freigegeben. Wir haben fast eine Punktlandung hinbekommen, denn fast auf den Tag genau nach zwei Jahren Bauzeit können wir Einweihung feiern, freut sich Dirk Möller, Leiter der Landesstraßenbaubehörde in Lüneburg. Am 14. Mai 2012 wurde der erste Spatenstich für das rund 9,8 Millionen Euro schwere Bauprojekt getan. Die Jungs von The Boss House sind heiß auf Uelzen. Beim Open-Air-Spektakel am 27. Juli in der Almerset Arena wollen sie die Bühne rocken. Im AZ-Interview erzählt Bandmitglied Sascha Vollmer, wie eine After-Show-Party nach Cowboy-Monier aussieht, warum die Band manchmal auch in kleinen Clubs im Ausland unterwegs ist und was es mit dem eigenen Bier auf sich hat. Zum Wetter. Heiter bis sonnig wird das Wetter am Donnerstag. Dabei bewegen sich die Temperaturen zwischen 7 Grad am Vormittag und 15 Grad in den Nachmittagsstunden. Nachts kann es noch einmal frisch werden, dabei kühlt es auf minimal 3 Grad ab. Das war's für heute mit AZ-TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!